Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für die Neukundengewinnung in der IT-Branche und heute geht es mal um das Thema Keeper vs. Non-Keeper-Kundentypen bzw. Menschentypen. Und gleich mal vorweg zu beginnen, um das Ganze auf den Punkt, den Nagel auf den Kopf zu treffen, eine Analogie zum privaten Beziehungsleben. Und zwar Menschentyp Keeper. Menschentyp Keeper ist zum Beispiel jemand, der eine Frau oder Mann sucht, um eine Beziehung fürs Leben sich aufzubauen, letztendlich den Partner fürs Leben zu suchen. Das ist diese typische in das Extrem Keeper. Und Non-Keeper wäre sozusagen derjenige, der in die Disse geht, in die Disco und dann letztendlich nach drei Stunden ein bisschen hin und her nicht mal mehr bis zum Frühstück bleibt. Das wäre das andere Extrem im Bereich Non-Keeper. Und das Gleiche haben wir letztendlich auch vom Menschentypen, auch Kunden sind auch nur Menschen, haben wir auch bei den Kunden. Und dort würde ich dir halt immer empfehlen, das ist also sozusagen meine Empfehlung, immer zu versuchen, das ist das auch, was ich für meine Kunden wiederum tue, in der Lead-Gen, in der Demand-Generierung, Kunden sofort zu qualifizieren oder sagen wir mal potenzielle Neukunden, dass du möglichst die Keeper-Kunden sozusagen da deine meiste Energie drauf verschwendest, nicht verschwendest, anwendest, ja, freudsche Versprecher, ja, Non-Keeper-Kunden, sozusagen, das ist so wie Strohfeuer, ja. Und hier mal einfach ein Beispiel aus der Praxis. Vor einigen Wochen hatte ich mit einem Unternehmen gesprochen mit 1,8 Milliarden globalen Umsatz jährlich, ja, so 1,8 bis 2 Milliarden, also ein Milliardenunternehmen. Ja, das ist schon ein sehr hoch gehobener Mittelstand, kann man so sagen, Bauerngetriebe, aber auch Energiesparte haben sie, wo sie Gas verkaufen und alles Mögliche. Denen geht es also sehr gut, haben sehr hohe Marge und die hat eine Ausschreibung, an der wollte ich mich zuerst partizipieren, weil es Interesse, weil es sozusagen in meiner Kernkompetenz liegt, für LinkedIn-Kampagnen, ja, also sozusagen, ja, Agenturen, Dienstleister gesucht, der ihnen LinkedIn-Kampagnen, Neukundengewinnung über LinkedIn, ja, bezahlte Werbeanzeigen, etc. Und es liegt durchaus in meiner Kernkompetenz, beziehungsweise in der Kernkompetenz meiner Agentur und da habe ich mich ein bisschen näher erkundigt. Und was sie eigentlich wollten war, wir haben eine Agentur gesucht, ihnen das ganze Konzept, die ganze Strategie aufstellen, dann intern das innerhalb von drei Monaten aufsetzen bei denen, dort ein Team hochziehen, die dann so weit fit machen, dass sie es selber weitermachen können, dann nach drei Monaten wieder raus. Das heißt, schon allein die ganze Vorbereitung auf diesen ganzen Pitch, um den Pitch-Work zu gewinnen, hätte ungefähr sechs, acht Wochen oder sowas gedauert, ja. Und um dann letztendlich für drei Monate einen Kunden zu haben und mit dem, was weiß ich, keine Ahnung, 80.000 Euro Umsatz zu machen, einmalig und dann nie wieder, ja, am besten. Und das ist halt so dieses typische Non-Keeper-Kundentyp, Menschentyp, den willst du nicht haben, ja. Also ich habe da auch nicht teilgenommen und gar nichts, ja, interessiert keine Sau, ja, so einen Auftrag. Das interessiert dich nur, wenn du ganz am Anfang bist, also wenn du wirklich desperate bist, ja, wenn du, sagen wir mal, so einen Break-Even-Point herumgräbst in deinem Unternehmen, in deiner Dienstleistung, Agentur oder was auch immer oder du willst unbedingt schnell wachsen oder was auch immer. Aber grundsätzlich lohnt sich sowas nicht. Das heißt, was wir wollen, das, was ich auch für meine Kunden mache, wenn ich berate, auch operativ tätig bin in der Lead-Generation, Neukundenanbahnung, dann vorqualifiziere ich das sozusagen schon für meine Kunden so, setze ich das so auf, dass diese Non-Keeper sozusagen Interessenten oder Opportunities schon gar nicht eigentlich durchkommen. Ja, das heißt, wir wollen möglichst eine lebenslange Zusammenarbeit, ja, warum auch nicht. Das gibt es nach wie vor und das ist halt das, wo du sagst, okay, dort stecke ich halt ganz am Anfang entsprechend rein. Und dann ist es meistens auch noch so, dass, wenn man zusammenarbeitet, noch die ersten Monate, manchmal sogar bis das erste Jahr, eigentlich so ist, dass man sich noch sozusagen zusammenwächst, ja, Dienstleistung und Kunde. Und dann sind eigentlich die Prozesse, das ist so eine Endlosschleife, ja, die Prozesse alles optimieren und so, weil sich auch immer alles ändert da draußen am Markt und so weiter. Aber jetzt sind dich so nach ein paar Monaten, so nach sechs Monaten oder zwölf Monaten, ist man erst eigentlich immer an einem Punkt, wo sich alles so richtig schön eingeschliffen hat, ja. Wo man den Kunden so richtig kennengelernt hat als Dienstleister und der Kunde so richtig den Dienstleister kennengelernt hat, jeweils dem anderen seine Sprache spricht, etc., etc. Und deswegen mein ganz wertvoller Tipp hier für dich, wenn du noch ganz am Anfang stehst, IT-Startup gründest oder sonst irgendwas, hol dir Keeper-Kunden, ja, einfach die Keeper-Kunden, fokussier dich da drauf, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber das macht gar nichts. Also zum Beispiel Pascal Pfeiffer, mein Geschäft hat auch irgendwie drei Jahre gebraucht, bis Rewe, Rewe, ich weiß es nicht, was haben die jetzt für Kunden mit ihrem American Food for You, Rewe, glaube ich, deutschlandweit und schlag mich tot, ich weiß es nicht genau, aber Lidl Nord oder Aldi Süd, Aldi Nord, Aldi West oder irgendwie sowas, ja. Also die Creme de la Creme sozusagen hat aber halt drei Jahre gedauert. Ja, also wer von euch Pascal Pfeiffer mehr Geschäft kennt, wer nicht, ist auch egal, aber es ist einfach nur so ein Beispiel, die haben halt sozusagen einen American Food Großhandel gegründet oder übernommen oder aus dem Konkurs irgendwann mal gezogen, aufgebaut und wollten einfach mal Großkundengeschäft machen, weil es halt interessant ist, mit Rewe zusammenzuarbeiten. Die haben drei Jahre, soweit ich weiß, drei Jahre ungefähr mehr oder weniger haben die gebraucht, ne, ganz genau kann man es natürlich nicht wissen, aber was mal irgendwann in einem Video halt erzählt wurde, so auf Social Media. Und es ist durchaus sinnvoll, drei Jahre lang darauf hinzuarbeiten, einen Kunden zu gewinnen. Ja, und deswegen auch nochmal meinen Tipp an alle, die sozusagen auch gerade daran interessiert sind, sich einen neuen Dienstleister auszusuchen, der ihnen bei der Kundengewinnung hilft oder unterstützt und so weiter. Also, seht ab von diesem ganzen kurzfristigen Zeugs. Ja, also das ist, das bringt auf Dauer alles nichts. Wenn ihr sagt, okay, wir suchen uns jetzt irgendwie einen Dienstleister, eine Agentur oder irgendwas und wir wollen da eben mal so drei Monate oder mal zwei Monate oder irgendwie sowas. Ja, welche seriöse, wirklich gute, seriöse, ja, welche wirklich seriöse und richtig gute und langjährig profilierte Agentur oder Dienstleister da draußen lässt sich denn auf ein Drei-Monats-Projekt ein, wo sie von vornherein schon weiß, hier werden wir nur Know-how-Transfer machen, dort irgendwas aufbauen und dann ziehen wir uns wieder raus. Das ist letztendlich Worst-Case-Szenario und wenn du da jemanden findest, der das macht, dann sind das meistens nicht die Guten. Ja, also von nix kommt nix und das ist mein Tipp an dich. Ja, ich hoffe, das konnte dir irgendwie weiterhelfen und Orientierung bieten und wenn du dann noch mehr brauchst, gib mir ein Video einen Daumen hoch in die Richtung oder gib mir einen Kommentar, beziehungsweise schau mal bei meiner Akademie vorbei oder mach eine Strategie-Session, wenn du wirklich Bock hast, mal zu beschnuppern, ob wir zusammenpassen. Ich habe nur drei, vier Slots aktuell frei pro Woche, sowas, aber schauen wir mal und dann sehen wir uns auf der anderen Seite eventuell. Wenn nicht, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg in deinem IT-Business und happy hunting. Bis dann, dein Thomas Klein. Ciao, ciao. Ciao.